Warum kleine Veränderungen eine 37-fache Steigerung verursachen können, das will ich dir in diesem Video zeigen und damit hallo und herzlich willkommen. Ich habe dir im letzten Video die Geschichte von Dave Brailsford und dem britischen Radfahrt-Team erzählt. Falls du die noch nicht gesehen hast, schau ins nächste, ins letzte Video rein. Ich werde das natürlich verlinken. Was aber viel wichtiger ist, wenn du dich jeden Tag um ein Prozent verbesserst, dann wirst du am Ende eines Jahres um 37 Mal besser sein als zu Beginn des Jahres. Wenn du dich jeden Tag um ein Prozent verschlechterst, dann wirst du fast bei Null sein, bei Nullleistung. Und ich will dir hier die Grafik dazu zeigen und die natürlich nicht verheimlichen. Die Macht der kleinen Fortschritte heißt das Ganze. Wenn du dich jeden Tag um ein Prozent verbesserst, 1,01 hoch 365, dann bist du am Ende des Jahres um 37,78 Mal besser. Wenn du jeden Tag um ein Prozent schlechter wirst, dann bist du 0,99 mal hoch 365 bei 0,03 angelangt. Und diese Grafik, glaube ich, verdeutlicht es so schön. Wenn du beim heutigen Status beginnst und dich täglich um ein Prozent verbesserst, dann bist du nach einem Jahr hier beim 37-fachen. Wenn du dich aber verschlechterst, dann wirst du irgendwann hier Richtung Nulllinie rutschen und wirst du irgendwann knapp bei Null sein, was ja de facto schon ganz, ganz schlimm und ganz, ganz fürchterlich ist natürlich. Was ist das ganz, ganz große Problem an neuen Gewohnheiten, an neuen Routinen? Warum tun wir uns so schwer, neue Gewohnheiten zu implementieren? Und die Antwort ist ganz einfach. Du hast, wenn du dreimal ins Fitnesscenter gehst, wird sich an deinem Körper, an deiner Figur absolut nichts verändern und auch an deiner Fitness wahrscheinlich nur minimalst was verändern. Das wirst du nicht erkennen. Das ist das große Problem an dieser Geschichte. Und wenn du Geld sparst drei Tage hintereinander, dann wirst du noch lange kein Millionär sein. Da wirst du viel, viel länger sparen müssen. Das heißt, wir erkennen diese Fortschritte, diese minimalen Fortschritte erkennen wir kaum. Und was passiert? Wir erkennen keine Fortschritte, wir haben keine sofortige Befriedigung. Und wir hören wieder auf, wir beenden das Ganze wieder. Und das ist ja vielleicht noch halb so schlimm, aber viel schlimmer ist es, dass es umgekehrt genauso ist. Wenn du dreimal hintereinander in ein Fastfood-Lokal essen gehst, wird sich an deiner Figur nicht viel ändern und du wirst auch nicht gleich von heute auf morgen krank werden. Wenn du das aber 365 Mal im Jahr machst, dann wird sich deine Figur massiv verändern und wahrscheinlich auch dein gesundheitlicher Faktor unheimlich verändern. Und das ist das, was absolut kontraproduktiv ist natürlich. Das heißt, wir erkennen es nicht sofort. Wir sehen keinen sofortigen Nutzen. Und genau deswegen fällt es uns so schwer, hier wirklich was zu erkennen und wirklich dran zu bleiben. Und das auch durchzuziehen. Das ist das große Problem an Routinen. Das ist das große Problem an Gewohnheiten. Du kannst es gerne mit einem Flugzeug vergleichen. Wenn du in ein Flugzeug einsteigst und der Pilot im Cockpit, in diesem Flugzeug da vorne, den Grad, wo er hinfliegen soll, am Autopilot, nur um ein Grad falsch einstellt, dann wirst weder du im Flugzeug was mitbekommen, noch irgendwer, der von unten auf dieses Flugzeug schaut, wird sehen, dass das den vollkommen falschen Kurs hat. Niemand wird es bemerken. Aber je länger sich das Flugzeug in der Luft hält, je länger es sich fortbewegt, umso weiter wird es vom Kurs abkommen, umso weiter wird es sich von seiner Zieldestination entfernen. Und das ist das große Problem, das wir haben. Wir erkennen es nicht sofort, aber je mehr Zeit vergeht, umso klarer wird es, umso eher erkennen wir es auch. Und das wiederum ist ein Vorteil. Ein Vorteil, den wir aber nutzen müssen. Bleiben wir nochmal beim Beispiel des Flugzeugs. Nehmen wir an, ein Grad südlich, ja, das ist wunderbar, da geht es ins Positive. Und ein Grad nördlich, da geht es ins Negative, wenn du das jetzt als Metapher für dein Leben betrachtest. Und wenn du nur ein Grad Richtung Süden einstellst, dann wird das nicht wahnsinnig viel Aufwand sein, das wird relativ einfach sein, das wird funktionieren, das wird gehen. Und in einem Jahr wirst du dich in die positive Richtung in den Süden bewegt haben. Wenn du sagst, der Norden ist das das Negative und du stellst es nur um ein Grad auf Norden, dann wirst du nach einem Jahr extreme negative Erfolge oder Misserfolge in dem Fall natürlich haben. Und das ist natürlich andere als gut. Was bedeutet das? Ergebnisse laufen den Gewohnheiten hinterher. Wenn Gewicht ein Maß oder ein Ergebnis ist, dann sind deine Sport- und deine Essgewohnheiten verantwortlich für dieses Gewicht. Aber wenn du heute deine Essgewohnheiten änderst, wirst du in zwei Tagen noch nichts sehen. Weder auf der Waage vermutlich, noch sonst irgendwo. Es laufen die Ergebnisse, laufen einfach den Gewohnheiten hinterher. Ähnlich ist es beim Wissen. Wissen ist ein Maß für deine Lerngewohnheiten. Oder noch ein paar Beispiele. Dein Vermögen, dein Nettovermögen ist ein Maß für deine finanziellen Gewohnheiten. Du bekommst immer das, was du ständig wiederholst. Ich wiederhole das nochmal. Du bekommst immer das, was du ständig wiederholst. Je mehr du lernst, umso weiter wirst du dich in die positive Richtung entwickeln. Umso mehr gibt es. Die 5 Stunden pro Woche. 5 Stunden pro Woche, das ist meine Minimum Anforderungen. Will ich Neues lernen? Egal ob das durch Lesen, Online-Kurse, Seminare, Webinare, Podcasts, Bücher, was auch immer ist. Ich will was Neues lernen. Diese 5 Stunden pro Woche sind im Endeffekt nicht viel. Aber sie geben mir eine extrem positive Richtung. Also mein Wissen ist ein Maß meiner Lerngewohnheiten, ganz klar. Und jetzt müssen wir noch über diesen Faktor Zeit sprechen. Die Zeit vergrößert nämlich die Spanne zwischen Erfolg und Misserfolg. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Je weiter dieses Flugzeug fliegt, umso weiter liegen Erfolg und Misserfolg miteinander. Ein Grad Richtung Süden, unheimlicher Erfolg, je weiter das Flugzeug fliegt. Ein Grad Richtung Norden, unheimlicher Misserfolg. Je weiter dieses Flugzeug fliegt. Gute Gewohnheiten sind dein bester Freund. Und schlechte Gewohnheiten sind dein größter Feind. Und das musst du natürlich wissen. Lass mich dazu ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel aus dem Thema Produktivität. Wenn du jeden Tag nur eine einzige Aufgabe, vielleicht auch nur eine kleine Aufgabe, mehr erledigst, wird sich das in 2-3 Tagen, wenn du das 2-3 Tage machst, wird sich nicht viel ändern. Aber wenn du das über Jahre hinweg machst, wird sich unheimlich viel ändern. Es wird deiner Karriere einen Push geben, einen unheimlichen Push. Eine kleine Aufgabe mehr, vielleicht 15, vielleicht 20 Minuten pro Tag, die du mehr investierst, wird sich in einigen Jahren unheimlich amortisieren. Es geht aber natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung Stress. Ein bisschen Stress, ab und zu mal da, ab und zu mal da, der wird dich nicht krank machen, der wird dich nicht umbringen, der wird dich nicht unglücklich machen. Aber wenn du dich aufregst, übernerve den Kunden, den Stau, den Chef, das schreiende Baby in der Bahn, die Überstunden, die du machen musst, wenn du dauernd Stress hast, dann, und über die nötige Zeit natürlich, dann wirst du vermutlich krank werden, dann wirst du unzufrieden sein, dann wirst du kein angenehmes Leben leben. Oder nächstes Beispiel, das Lernen. Wie ich schon erwähnt habe, ich lerne wöchentlich 5 Stunden. Und das hat ungeheuren Impact auf meinen Erfolg. Ich mache das jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, ich weiß es gar nicht genau, ich müsste mal nachschauen. Seit 3 Jahren gibt es bei mir die 5-Stunden-Regel, dass ich mindestens 5 Stunden die Woche mich mit Fortbildung beschäftige. Mindestens. Es hat einen unheimlichen Impact auf meinen Erfolg. Es hat einen unheimlichen Impact auch auf mein Einkommen. Und das ist natürlich etwas Wunderwunderbares. Und das schönste Beispiel, das ich dir bringen kann, ist das eines guten Freundes. Roland, liebe Grüße gehen an dich raus. Minus 20 Kilogramm in einem Jahr. Wie er das gemacht hat? Na, relativ einfach. Jeder Kaffee holen war zu Beginn ein Liegestütz. Mittlerweile ist er bei 10 Liegestütz. Er trinkt so zwischen 5 und 7 Kaffees pro Tag. 50 bis 70 Liegestütz macht er also pro Tag. Jeder Toilettengang waren früher eine Kniebeuge. Mittlerweile sind es 10 Kniebeugen. Bedeutet, dass er so zwischen 40 und 50 Kniebeugen pro Tag macht. Jede Werbepause im Fernsehen waren Sit-Ups. Am Anfang einer oder zwei. Mittlerweile sind es 10 oder 12. Ich weiß gar nicht, wo er momentan steht. Heißt aber 30 bis 40 Sit-Ups pro Tag. Und er war ein Mannerschnitten-Freak. Jede Mannerschnitte bedeutete zu Beginn ein Kilometer gehen. Zum Ende jetzt, wo er jetzt ist, ein Kilometer laufen pro Tag. Das heißt, er verzichtet entweder auf die Mannerschnitten, muss dann auch nicht laufen. Oder er zieht sich, ich glaube, 5 Mannerschnitten rein und muss dann aber 5 Kilometer laufen. Kleine Veränderungen, die bis auf das Laufen jetzt vielleicht kaum Zeit kosten. Was kostet es dich Zeit, pro Kaffee 10 Liegestütz zu machen? Was kostet es dich Zeit, pro Toilettengang 10 Sit-Ups zu machen? Was kostet es dich Zeit, pro Werbepause 10 Kniebeugen zu machen zum Beispiel? Umgekehrt war es. Aber egal. Was kostet dich das für Zeit? Minus 20 Kilogramm in einem Jahr mit diesen kleinen Änderungen. Ich hoffe, auch dieses Video war spannend für dich. Ich werde dir morgen im nächsten Video die Bambustrategie vorstellen und vorstellen, wie Fortschritt wirklich aussieht. Ich freue mich darauf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Beziehungsweise wenn du dieses Video teilst mit Freunden, Verwandten, Bekannten, Kollegen, die davon profitieren könnten. Und ich freue mich schon, wenn wir uns morgen im nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Bis zum nächsten Mal.